Du Alain, du hast sicher viele heimliche Momente gehabt in deinem Leben. Erzähl eines. Ich habe mir jahrelang Gedanken gemacht, wenn ich euch an Freude machen kann. Mhm. Und dann habe ich... Nein! Das ist jetzt aber... Darum bist du in die Hose, weisst du das. Dann habe ich in Aarau gedacht, an einem Heimweg-Konzert. Jetzt bringe ich allen ein Kondensmilch. Warum die Kondensmilch? Und das Pimmlichste daran war, dass ich der Einzige war, der die Kondensmilch gesoffen hat. Und gekannt hat. Und ihr alle habt hier irgendwo noch jemand zum Kühlschrank. Habt ihr die eigentlich? Nein! Mehr in die Ferien. Mehr in die Ferien. Mehr in die Ferien. Kannst du überarbeiten? Stimmt das auch? Ich habe eigentlich eine Sügige. Ja, ich habe auf meine auch mitgegeben. Nein, also es hat mich auf jeden Fall extrem traurig gemacht. Und es war auch recht peinlich, weil... Für dich? Ja, ich habe mehr Freude erwartet. Ja. Aber Trübilturten, wie gesagt, kannst du gerne wieder bringen. Ja. Die darf ich sehr gerne bringen. Die bringen Sekondensmilch drin. Aber nicht so viel. Jetzt ist wieder alles gut. Ja, ich hoffe es. Dann haben wir das ja jetzt geklärt. Schönen guten Morgen. Drum habe ich mein Glas noch lange auf das. Ich habe immer noch Freude am Leben.